Oh, ich habe euch am Ende, nee, ich wollte euch eigentlich ja erklären im laufenden Video, dass ich mal ganz, ganz anders verbunden bin, also für die Technik interessiert und ich habe heute mal den Access Point hier über das Handy hergestellt, über LTE und bin hier im Wireless LAN verbunden mit, ich glaube man sieht das jetzt, Android LP, das ist so der Standard Access Point hier, den so ein Android hergibt, also über LTE, denn mein Wireless LAN hält hier oben ja nicht immer ganz so gut. Es hat jetzt zwei, drei Angriffe echt super gehalten, ich werde das auch, denke ich mal weiter so machen, wenn ich hier am Tablet live mache, eher das Wireless LAN wegnehmen und dann doch vielleicht diese Anbindung nutzen, aber erstmal viel Spaß jetzt mit dem Video. Okay ihr Lieben, ich bin jetzt dran und damit erstmal ein herzliches Willkommen bei mir, dem Thorsten, heute auf meinem RATUS9 Account auf dem Chief und ihr habt es ja schon im Subnail gesehen, also Hammer live. Ja, wir machen heute so ein bisschen was live am Tablet, ich bin mal ein bisschen ganz, 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 ganz anders verbunden, erkläre ich glaube ich aber am Ende der Folge hier, wie ich das mal gemacht habe, jetzt für mich das mal gemacht habe, denn ich habe hier oben ja relativ schlechtes, weil es LAN und ich habe das hoffentlich heute mal ein bisschen anders gelöst, also wir wollen erstmal mit dem RATUS9 hier im CK live angreifen. Es sind schon etliche Angriffe gelaufen, der Clankrieg ist bock, bock schwer, kann ich euch sagen, aber dennoch hatte ich ja glaube ich geschrieben, wir nehmen erstmal einen Hammer, wir nehmen erstmal einen Hammer, denn ich wollte eigentlich, ich wollte eigentlich meinen Helden machen, also einen Helden ganz normal weiter leveln, ohne hier einen Hammer zu nutzen. Aber sind wir mal ehrlich, ich habe ja so ein bisschen abgeschnurrt hier in den letzten Clanspielen, beziehungsweise nicht Clanspielen, sondern in der CK Liga und warum soll ich mir den Hammer jetzt nicht gönnen? Ich meine, ich mache noch so viele Marken hier, denke ich mal auch mit dem RATUS9, dass es locker bis RATUS10 reicht, also holen wir uns erstmal glaube ich, wir holen uns mal diesen Heldenhammer hier für 165, ich habe das ja auch noch nie gemacht und klopfen hier die Queen mal komplett mit so einem Hammer hoch, also ist auch für mich das erste Mal, habe ich noch nie gemacht, ich habe noch keinen Helden hier mit dem Hammer gemacht, ich habe glaube ich ja erst ein Golem mal mit dem Hammer hochgeklopft, das hat ja der Alex am Wochenende gemacht und deswegen gönnen wir der Queen hier ein Level hoch, ah mit dem Hammer ist das cool, 105.000 dunkles gespart, finde ich sehr sehr nett, finde ich echt mal nett und damit ist sie auf einem Level höher und nach dem CK lege ich sie dann allerdings hin, die soll jetzt erstmal 25 werden, aber wir wollen jetzt erstmal live hier im CK angreifen, ihr seht wie es hier steht und wir haben hier oben auch schon kassiert, also wir haben schon 12er kassiert, mal sehen, wenn dieses Netz hier jetzt gleich reicht, dann werde ich wahrscheinlich auch mit dem 12er hier auf dem Tablet mal angreifen, aber erstmal machen wir den Rathaus 11 Angriff, entschuldigt bitte, da komme ich ab und zu mal an mein Mikro ran und ich hatte mir gedacht, ich nehme mal diese Base hier mit einem Go La Loon, also viele haben sich das ja auch gewünscht, mach mal einen Go La Loon Guide und ja, fällt mir natürlich schwer, ich bin ja nicht, ich bin ja so ein bisschen aus dem Bauch raus Taktiker, also ich bin jetzt nicht der, der hier stundenlang über so eine Base guckt und denkt, wie kannst du die jetzt machen, von da, von da, von da, nein, ich setze mir einfach Ziele, die ich so ein bisschen verfolge und die Ziele heißen hier diese beiden Luftabwehren, die Queen weg, die Clanburg, ja, werde ich wohl irgendwo bekommen, hier vorne wird sicherlich irgendwas sein hinter den Lagern, mal sehen, wie wir hier reinkommen und jetzt muss ich mal gerade schauen, wie die Feger eigentlich stehen, hat er nur einen Feger, ich habe hier nur einen Feger gesehen, in dieser Base hier, oder aber ich bin blind und, okay, da ist der zweite Feger, alles klar, alles klar, da ist der zweite Feger, den, ich muss mal gerade gucken, also mich interessieren jetzt gerade beide Feger nicht, mal sehen, wir wollen uns hier schlagen, ihr seht, ihr seht hier meine Armee, ich nehme zwei Golems mit, weil meine Helden halt noch nicht super Max sind und, ähm, dann habe ich zwar nur zwölf Ballons, aber ich hoffe einfach, dass mein Kills kurz so ein bisschen weiter reinkommt und ich würde sagen, wir haben überall Grün, ich weiß, ihr solltet das immer überprüfen, das mache ich jetzt auch und ich sage jetzt in jedem Fall Attack hier, am Tablet und dann gucken wir mal, wie das hier läuft, ich schicke mal ganz bei Hände hier die Golems, mal ganz bei Hände hier so rein, eins, zwei und ein paar, na, guck mal, da habt, das, das habe ich mir ja schon gedacht, dass da vorne ein, oh, was ist das denn da, ist, ist da ein Loch oder was? Hatte der da ein Loch drin oder wie? Das habe ich jetzt gar nicht gesehen, hatte der da ein Loch drin, dann können wir ja hier nochmal so ein bisschen springen, wow, das habe ich gar nicht gesehen, Leute, Donnerwetter, das habe ich gar nicht gesehen, jetzt müssen wir allerdings hier so ein bisschen die Clanburg vergiften, mal sehen, ob wir jetzt die zwei Luftabwehren hier schaffen, ich muss ab und zu mal ein bisschen hochgucken, Jo, da haben wir schon mal eine gepackt, das ist schon mal nicht schlecht und, na, wir lassen den mal, ich lasse den mal noch ein bisschen laufen, wir nehmen hier jetzt mal unsere Loons mit rein, unsere beiden Hunde hier und dann gucken wir mal, wo wir hier nicht die Queen vergessen, das ist ganz, ganz wichtig und ein Loon noch von hier, einmal die Eilzauber über den, eigentlich nur, eigentlich nur über den Flächenschaden, aber ich habe ja doch genug über, ich habe nur nicht genug Clean, aber ich hoffe, dass mir irgendwie noch so ein Hund hier, noch so ein Hund kaputt geht, das sieht schon mal, das sieht schon mal ganz, ganz bescheiden aus, ihr seht das hier, ich habe hier noch zwei Eilzauber für diese kleine, für die kleine Defense und mir geht hier jetzt kein Hund mehr kaputt, das ist ein bisschen doof, das ist ein bisschen doof für mein Cleanup, wie viel habe ich noch, 1,29, 1,30 und jetzt gucken wir mal, das ist echt mau, das ist echt mau, da muss ich die jetzt gleich nochmal so ein bisschen hier in Speed bringen, dass die hier schnell hier rüber gehen und auf die nächsten Defenses, auf die nächsten Defenses gehen, na komm, 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 ja, so, so wollte ich das haben hier hinten, ich habe, ich habe nur einen, einen Cleanup Lucky, aber ich glaube, es sollte trotzdem reichen, also so kann man es machen, ich denke mal, gerade die beiden Golems am Anfang, ähm, für das Killsquad, ähm, sind, wenn die Helden noch nicht so hoch sind, und ich meine, okay, 23 und 20, das ist schon in Ordnung, da kann man auch mal nur ein Golem nehmen, und, ähm, vielleicht, oder vielleicht auch einen Hund weglassen, denn mal wieder wusste ich nicht, wie weit hier mein Killsquad kommt, und es ist ja wirklich, wirklich weit gekommen, also haben wir das hier, glaube ich, ganz gut gepackt, ich kann mal ein bisschen näher reingehen, weil ich ja heute mal, mal wieder am Tablet für euch online bin, ja, wunderbar, 3 Sterne gemacht hier, 16 auf 16, der nächste Angriff hier von mir, hier wird allerdings ein Scout-Angriff, und, ähm, der Schief kriegt auch gerade Packung, 14 auf 18, okay, na, ich kriege auch gerade Packung, ist, glaube ich, nicht so schlimm, aber ich kann auch einen schönen 10 auf 10, 10 auf 10 zeigen, ähm, von, jetzt muss ich mal gerade gucken, von, vom André hier, vom Mr. Unlucky, den will ich mal nicht vergessen, denn, äh, den hat er echt mal super, super gerettet hier, obwohl er hier am Anfang einen Mauerbrecher-Fail hatte, ähm, hat er den hier vor, vor ein paar Minuten vor mir gemacht, und, ähm, den muss ich einfach mal zeigen, auch wenn ich jetzt aus diesem CK hier nicht so wirklich viel zeige, es ist, es ist schon ultra spät, und ich wurde eben schon wieder genötigt, Toto, mach mal, ja, ich mache, ich mache, ganz ruhig, mal sehen, ich denke mal, mit dem 12er kann ich heute auch mal auf dem Tablet hier angreifen, und ich bin, ich bin da echt mal gespannt, ich bin zwar auch ein bisschen platt, und habe mich da noch nicht so ganz drauf konzentriert und geplant, aber ich glaube, die Base, die ich auch mit dem 12er mache, ähm, kann ich ganz gut, kann ich ganz gut mit den Truppen, ja, mit, mit fast den Event-Truppen, ich, äh, wenn ich von Event-Truppen spreche, dann sind das übrigens immer noch die dunklen Truppen, die es heute noch so ein paar Stunden verbilligt gibt, also, ich nehme wirklich, wirklich mal ultra spät aus, und super gemacht hier, ähm, die Clan Bug nochmal gefriest, und super in Gift gehabt, jetzt kommt er hier mit dem Luftschiff rein, und versucht hier so ein paar Defense-Gebäude rauszunehmen, das gelingt ihm sogar, aber er hat es auch sehr, sehr schnell erkannt, dass er nicht ganz so viel mitnimmt hier, und jetzt kommt hier der Luft-Part, auch der ist, glaube ich, richtig, richtig gut gewesen, beziehungsweise, er hat hier an den richtigen Stellen die richtigen Zauber vor allen Dingen angewandt, sodass du hier mit Speed durch die Base kommst, denn ihr seht das hier in der Mitte, zwei Feger, ei, 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 zwei Feger gegen den Feger, gegen den Wind, äh, das macht er aber trotzdem ganz gut, und er hat jetzt immer noch ein Eilzauber hier für den Rest am Ende, äh, Lunes sind, glaube ich, noch genug da, der letzte Hund platzt im Glück, glücklicherweise, dann hat er nämlich noch ein bisschen mehr Clean-Up hier in der Base, was die Welpen angeht, die habe ich ja eben leider nicht gehabt, jetzt gehen die zwar noch mal nach innen, ich habe erst gedacht, ach du scheiße, jetzt gehen die nach innen, aber er hat ja noch den, noch den Eilzauber hier perfekt gesetzt, echt ein super Angriff von Rathaus 10 auf Rathaus 10 hier auf diese, äh, relativ große Base, aber wir gucken auch immer, ähm, die Videos, zumindest die Taktik-Videos vom, vom Itzo, und so ein bisschen nimmt man ja immer mal mit, so ein bisschen nimmt man ja immer mal mit, und, äh, wenn es dann genau dieses bisschen ist, was zu dem Erfolg führt, alles Tutti, ähm, dann ist das wirklich alles, alles super, und hat er gut gemacht, hier, ich denke mal, die 3 Sterne waren Hammer verdient, äh, ne, ich wollte es mir nicht nochmal angucken, ähm, ähm, denn ich hab, ich hab, ich hab ja jetzt mit dem, mit dem Zwölfer geplant, und warum plane ich eigentlich, wir haben was live hier drin, oh man, Toto hat mal wieder ein bisschen was, was live hier drin, also der Titel verspricht mal wieder alles, was er hält, ähm, Hammer und live, also den Hammer haben wir jetzt schon genommen, wir haben jetzt schon einen Live-Angriff von mir gesehen, wir haben einen von Unlucky gesehen, vom André, und sehen hier jetzt den, wo ist eines, also, das ist unser, so ein bisschen unser Taktgeber, der Juli hier, oh, 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 da hat er schon so ein bisschen Probleme, der Gift war, glaube ich, nicht so dolle, ein, nein, die Queen verreckt da, scheiße, ähm, ich weiß, dass ihn das unheimlich stört, aber mal sehen, das ist jetzt Rathaus 11 auf Rathaus, ähm, ich muss mal gerade gucken, ist das ein Zwölfer, ja, das, das, das waren Zwölfer, zwölf Prozent, na komm, hau deine Luftruppen raus hier, oder er konnte nicht mehr großartig weitermachen, weil er jetzt ein Disconnect hat, kann natürlich auch sein, er kommt auch in der Schweiz mal vor, denn der Juli ist aus der Schweiz, und, äh, nein, er macht weiter hier, er guckt, wo er jetzt die Prozente hier raus bekommt, und, äh, mal sehen, wenn ihm hier die Welpen ganz gut, äh, beziehungsweise die, die Lava-Hunde jetzt aufgehen, dass er genug Welpen hat, um, um hier wenigstens die Baby dahin zu schaffen, ähm, dann werden das vielleicht nur 50 Prozent von Rathaus 11 auf Rathaus 12, ähm, zurzeit können wir so hochgehen, denn, ähm, ja, mal sehen, na, 34, das ist, das ist zu enge, ja, das ist ein bisschen zu enge. Und da, entweder hat er abgebrochen, ich glaube, er hat die Schnauze voll und hat abgebrochen. Oh, scheiße, und ich hab's hier auch noch, ich hab's hier live in der Folge, okay, ich hab's live in der Folge, der Barfuß hat ja eigentlich kassiert hier, der Barfuß, wo ist denn der Barfuß? Ah, Barfuß hat auch schon kassiert, okay. Ähm, also der Gegner ist auch gut dabei, ich gucke jetzt mal, ich spring jetzt mal auf meinen Rathaus 12er, und dann werde ich auch dort einen Live-Angriff machen, ich hab das noch nie gemacht, in meinem Video mit meinem Rathaus 12er hier live angegriffen, geschweige denn in den Livestreams, ich glaube, live hab ich das hier schon mal gemacht, aber den Livestreams hab ich noch nicht gemacht, und deswegen, ähm, hüpfe ich mal eben auf den Toto, und dann sehen wir uns sofort wieder. Naja, ich hatte eigentlich gerade aufgenommen, aber, ähm, ja, ich hatte gerade aufgenommen, ähm, ihr könnt euch das Drama jetzt mal eben anschauen, Null Sterne kann ich euch schon mal vorweg sagen. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Es ist halt blöde gelaufen, ähm, so ein bisschen viel mit Clanburg und einer 60er Queen, äh, die zwar in Gift sind, aber ich glaube, das ist doch noch ein bisschen, ein bisschen zu viel für so eine Queen hier, die auch so Harakiri hier reinläuft, so, äh, volle Attacke, äh, ich, ich, ich auf alle Truppen hier, mache hier alles, und natürlich macht die nicht alles, da ist ein Bombenturm, da ist eine Queen, die da ballert, äh, ich hab, ich hab dann zwar noch den, ähm, relativ schnell den, den Babydrachen gezogen, aber dennoch, äh, bin ich hier dann nicht, nicht so weitergekommen, hab die Clanburg aber dennoch geschafft, ähm, aber jetzt mit dem Rest hier, da kommt noch ein Loon raus, ja, da kommt noch ein Loon raus, und so ein Loon, der kann schon ganz schön wehtun, äh, denn der lässt ja einfach mal Flächenschaden, die immer so die ganze Zeit fallen, und ihr seht das hier, wie lange der jetzt mal eben mal, mal eben so ablebt, ne, meine Maschine, ähm, ist noch nicht mal bis zur zweiten Mauer gekommen, äh, und dann läuft natürlich alles nicht da rein und nicht darüber, den Adler kriege ich noch, aber das Rathaus, ja, ich weiß, das war, ich meine, es war gar nicht mal so viel, was da jetzt über war, aber hier ist noch ein King, der da in der Mitte rumeiert, und irgendwann muss ich dann den, den, irgendwann muss ich dann den Worten auch mal ziehen, ähm, und ich glaube, bei 40% habe ich abgebrochen, weil ich einfach keinen Sinn mehr in diesem Angriff gesehen habe, ich war so ein bisschen nölig, denn ich hätte, ich hätte doch die Truppe nehmen sollen, die ich einfach fertig hatte, nämlich ohne Queen Walk, sondern nur mit, äh, Bowler, Hexen und Riesen, aber nicht richtig geplant, ähm, ist aber nicht ganz so schlimm, ihr seht das hier, ich bin jetzt auch gar nicht, gar nicht mal so traurig, ähm, ja, bin ich nicht, 40, 22 und der Gegner ist Boxschmäher und hier oben schon mal auf den 12er verkackt, ja, aber okay, so ist das nun mal, ähm, kann ich nix dran machen, ein bisschen wenig angegriffen habe ich heute auch, denn diese Legendenlupe, die nervt so ein bisschen mit den Clanspielen hier, ähm, ich habe, ich, ich habe glaube ich heute für ein Clanspiel, was 300 Punkte gebracht hat, ihr seht das auch hier, ich habe erst 400 Punkte, das ist sowas von peinlich, ich habe für ein Clanspiel, ich habe heute Morgen, als ich aufgestanden bin und hier oben das erste Mal am Rechner war, oder am Tablet, habe ich, habe ich ein Clanspiel angenommen, was 8 Stunden lief, und ich habe in diesen 8 Stunden zweimal oder dreimal die Suche abbrechen müssen, weil ich kann es halt auch nicht dauerhaft machen, dann musste ich wieder weg, dann musste ich telefonieren und so weiter, und habe sage und schreibe einen Angriff hier nur hinbekommen, also ich war sowieso schon so ein bisschen angesäuert, jetzt kann ich noch nicht mal meinen Inferno, den wollte ich nämlich auch mit dem Hammer fertig machen, fertig machen, ähm, naja, auch wenn euch die Fußfolge von mir gefallen hat, ähm, war ja heute mal so ein bisschen was anderes, dann lasst mir gerne am Ende den Daumen nach oben da, so, so ist der Daumen nach oben, und falls ihr noch neu auf meinem Kanal seid, bitte da unten, nee, da ist der immer, nee, da, da, da ist, glaube ich, immer der Abonnieren-Button, und dann sehen wir uns in dieser Woche mit ein paar hoffentlich besseren Folgen, von mir und Thorsten beim Plan, Spätzen mit Soße, beim Spiel Clash of Clans, bis dahin, euer Toto, Clash of 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 Clash Bis zum nächsten Mal.